Was geht ab Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich dachte mir einfach nur ein ganz kurzes kleines Infovideo, denn ich habe eine Serie geplant. Und da seid ihr nämlich gefragt, genau du und du. Jedenfalls würde ich mich echt freuen, wenn ihr mir bei dieser Serie helfen würdet. Was ist denn diese Serie? Ja, in erster Linie würde ich gerne witzige Cod-Clips für euch kommentieren. Was heißt das im Endeffekt? Ich würde gerne einen Top 5 oder einen Top 10, je nachdem wie ihr lustig seid, je nachdem worauf ihr Bock habt, würde ich gerne einfach Clips von euch verwenden, euch natürlich dann auch verlinken, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt. Das ist natürlich selbstverständlich. Und ich würde einfach gerne witzige Kits beispielsweise mal in einer Top 5 darstellen. Deswegen, also wenn ihr so einen Clip habt, der irgendwie extrem witzig ist, einfach so mysteriose Tode oder sowas. Wenn ihr sowas habt, am besten vielleicht nicht mit Handy abgefilmt, vielleicht 480p ist völlig okay. Hauptsache ihr könnt es auf YouTube hochladen, ihr könnt es mir auch bei Facebook senden. Würde mich echt freuen, wenn ihr das machen würdet, dementsprechend lasst doch hier mal eine Bewertung da. Wie gesagt, ab mal in die Kommentare. Ihr könnt wie gesagt mitmachen, indem ihr einfach die Sachen mir per Nicht-Gelistet schickt. Und dann hat sich die ganze Sache eigentlich und dann machen wir die Top 5. Wann das Video dann kommen wird, ist dann die Frage, wie viele witzige Clips ich habe und die ich zum Kommentieren natürlich auch habe. Und das ist eigentlich alles, was ich in dem Video sagen wollte. Bis dahin Jungs, macht's gut und ciao. Bis dahin Jungs, macht's gut.